So, Aufnahme die zweite, weil ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das ist schönes Iserlohner Wetter. Oder Sauerländer Wetter. So macht es richtig Spaß auf ein Konzert zu gehen, draußen am Seiler See spazieren zu gehen oder andere Freizeitaktivitäten zu machen. Ich bin froh, dass es eine Actionchem ist und in einem wasserfesten Gehäuse. Ich bin froh, dass es ein Konzert zu gehen. Ich bin froh, dass es ein Konzert zu gehen. Ich bin froh, dass es ein Konzert zu gehen. Vielen Dank.